Gras? Das ist korrekt. Ich habe die Frage nicht verstanden. Alles ok. Wie schnell warst du denn bitte? 3x. 18? Ja. Ja, ich war schrecklich. Mann ey, das gibt es doch nicht. Wut? Ja. Mann ey! Vamos! Optimismus. Ja. Super, Tobi. 5. Ich weiß auch nicht, wie alt du bist. Ich google seinen Alter, ok? Er ist 29. Er ist 30 Jahre alt. Ist er sicher? Ja. Du hast mir letzte Woche in Dubai gesagt. Wie alt bist du denn? Serena Williams? Ah, meine Spieler? Nein, das ist falsch. Er ist falsch. Er ist falsch. Er ist falsch. Das ist mein Punkt. Er hat gesagt Serena Williams. Ja, das ist dein Punkt. Ja, das ist mein Punkt. Ja, das ist mein Punkt. Ja, das ist mein Punkt. Tell ihn, was ist dein Punkt. Ask Philipp. Mein Punkt. Du musst es antworten. Er hat es falsch gesagt. Wo ist die Frage? Wo ist die Frage nicht richtig? Aber ich würde sagen Rafa. Das ist korrekt. Ok, du hast den Punkt. Rafa. Terry. Terry all. Terry. Ja? Ja, das ist... Natürlich. Terry, Polly. Basketball, ja? Ja. Was ist das? Hector. Ok, Polly all. Das ist ein Punkt. Jetzt ist ein Punkt. Ok. Ein Punkt. Second. Second. Mine. Come on. Put the camera. Replay. He is just playing on his iPhone. Did we see replay? Who was faster? Uh, me. Me? I was you. The second one. Rolling. What was it? So, 1-1. Thank you. Andreas Mis. Yeah. Thank you. Wait. 2-3. Ok. So, it's... Podolski. No, he's not playing. Podolski. Lukas Podolski. No. I would say Villa. Ok, point for him. Option A. Navid Villa. Option B. Andres Iniesta. Oh, it's a good one. But he lost the game already. I lost already. Then I would say Iniesta. Is he correct? Yes. The second one. 68. Not correct. Oh, really? Oh, really? My point. 40 low. Good. Joker. You are faster. Yes. So, game. Set a match. Junior is true. Thank you. Well done. Thanks. That's it.